Hallo und willkommen zurück zu TheBaddesofGayToni Ja mach ich doch schon Kuss! Wo ist mein Vater? Du musst uns alle lachen! Ich kann nicht meinen Kopf fühlen! Das sind die Motherfuckers auf unserer Seite! Der ist aber ganz gut fest! Die Motherfuckers! Die Motherfuckers haben immer noch nie gehört! Wir können jetzt zurück und die Leute bekommen uns jetzt! Du wirst du? Du wirst du? Du wirst du? Du wirst du? Geh zurück und geh die Leute, die mich genossen haben! Christen, wir müssen jetzt die Scheibe aufbauen! Wir müssen nicht das machen! Du bist ein verdammter Geist! Du und die alte Queen werden es geschafft haben! Vielen Dank! Hey, da sind Muskeln! Keine Frau! Sie hat keine Frau wie eine Frau, Toll! Und wie sie... Okay! Was ist passiert? Du hast Gracie zurück, zu retten, Toll! Ich hoffe, sie ist wertvoll, 2 Millen! Du hattest sie, richtig? Sie hat einen Voting-Axion! Ich habe einen Voting-Axion! Ich mache so einen alten Mann zu verstehen! Ich will nicht wieder sehen! Okay, Sailor! So lange! Oh, das äh... Nein, ich kann gar keine so schlimme Minute! Blame-O! Ja, der erwartet, dass das schlimmer enden wird! Gib mir was mit viel Maio! Ja, aber erstmal wieder zur Straße kommen! WTM! Oh shit, sorry! Und dann mal schauen! Oh, guck mal! Da vorne! Das... Ich muss losfahren! Weil es auch gar nicht auf der Straße ist! Damit leert. Ja. ompja! Luke, hast du gehört? F sar so Was czyt disruptionst Limit? Nein! 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 Jedoch, im wahr! Welt Endeten die欄, ihr sah elektoren? All this fucking bullshit and we forgot to pay off this Citadel. Shit, D. Maybe this is a good thing. At least we can concentrate on getting off every gangster's hit list. We better do it quick. There's no more money coming in. It's only gonna get worse for us. Fuck me, I need some blow. Okay. Das ist gesund. Ignore was ich da gemacht hab. Wir haben keine Mission. Was werden die nächsten Mission? Achso, ja. Ja, aber falls noch irgendein bisschen hier durch die Gegend warte. Auf einen Anruf. Wenn der jetzt gleich nicht kommt, dann mach ich den Cut und schau nach, wie ich die nächste Mission triggere. Ja. Luis Lopez. Was, 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 was you possibly have to say that I'd want to hear, Rock? Time to face the facts, Jack. Frankly, you're fucked. There's a rich Russian having a powwow with the old man about you and the fag. FYI, they ain't talking about handing you a special commendation. Well, what the fuck are me and Toilets supposed to do about that? Let's leave the homo out of this for a minute. Meet me and Uncle Vincenzo in the public toilets in Middle Park. We gotta talk in person. Ah, schön. Ich wollte gerade sagen, sonst, äh, wenn ich die Mission nicht kriege, dann äh, cutte ich hier einmal kurz, bis ich die Mission hab. So, ab zur vorletzten Mission von Rocco. Und ich bin kein großer Fan von Rocco. Und anscheinend, äh, hat er mal ein paar Unterhaltungen mit den Bulgarien geführt und das macht ihn auch unsympathischer. Denn ich mag Bulgarien nicht und, äh, ich mag Rocco nicht. Und wenn die beiden sich unterhalten, dann mag ich sie noch weniger. Was bei Bulgarien schon ein Wunder ist. Was wollen sie uns haben? Oh, Yusuf. Oh. Es ist ein bisschen Spaß für dich und die Glove-Combatement. Ich denke, du würdest dich in. Okay, ich gucke das aus. Ja, danke dir wieder. Bevor wir jetzt... Bevor wir jetzt mit den Missionen gehen, Probe noch mal Yusufs Auto. Es ist zwar keine Mission, aber... Ich hoffe, doch mal eine nette Cut-Zene. Zumindest, irgendetwas. Und das ist was von Yusuf, also... Es kann nur unterhaltsam sein. Wenn was anderes behauptet... Den mag ich nicht. Da? Hab ich was verpasst? Das ist was Autos, doch. Ich will sein Auto abholen. Nein. Dann halt nicht. Dann fahren wir dann doch zuerst zu Rocco. Und bereuen... Alles. Mögliche. Hör auf zu meckern. RUN! RUN! Oh, es ist da. Awa! Party is over! Das ist was ich gesagt. Das shit wird niemals passieren in einem Jahrzehnten. Haha. Wassup, Ladies? Das ist sehr lustig. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich denke, wir können ein Problem machen. Wir geben ihm einen Körper. All right? So, es ist ihr oder Tony. One of you hat zu sterben. Me und Vince würden gerne arbeiten mit euch und den Klubs über die Fagot, so ihr seid glücklich. Wenn ihr Tony töntet, dann können wir die Klubs gewinnen. Wir sind uns zusammen. Either das, oder die Russen werden die Leute überrascht, und die Fagot mit Ancelotti-Sanction. Ja, ihr beide gettet. Ihr seid aus der Leyen, kid. Und ihr? Ihr seid ein fucking Loser, mit den Kindern, mit den Kindern. Ich bin nicht tönt, Tony. Aber ich werde dich zu töten. Dann seid ihr tot. Ihr seid 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 tot. Fuck you. Think about it. I'll be in touch. I'll be in touch. You fucking spick. Okay. Game off. Dann bin... ... ... ... ... ... ... ... ... Jetzt kann der Toilette passen Hey Again hotdog guter Autog So, ähm Da Auf zum Masonet Polizist Ja toll Ja Detektiv Holy shit Sag mal so, möchte gern Detektiv hab ich gern Also, ähm Weil, äh Äh, grad, äh, müsste er so mit Ende Januar, Mitte, Ende Januar, sagen, ähm Schaut mal bei Der Paddy Phelps, mit dem ich ja GTA Online gemacht hab, ähm Vorbei Der hat, äh, jetzt, äh, den Rest der GTA-Reihe angefangen Natürlich Ähm Äh, er spielt die nach Jährlichen, also, nach Zeitverlauf, also So Die halt In der Welt von GTA geschehen Das heißt, er fängt bei Vice City Stories an 1984 Und Geht dann so durch die Jahre Geht dann so durch die Jahre Und, ja, wie gesagt, er spielt jetzt Vice City Stories Wollte ich nicht Und, ja Das, äh, ist sehr unterhaltsam Haut rein Kann ich nur empfehlen Insbesondere, äh, ich fällt ja nur die Hauptteile Ausnahmen sind jetzt hier, äh, Relative of Gay Tony und Äh, Lost and Damned Aber sonst werde ich nur die Hauptteile spielen Wir sind mit Tony, Bess Es gibt eine wirklich schlechte Sache Die könnte passieren In da Okay, Boss Ich werde in der Sicherheit Wenn du mich brauchst Ja Da Da ist er Danke, Gott, du bist hier, Luis Es ist diese fucking Leute Ich spreche mit ihnen Tell ihnen wir können es herausfinden Es ist nicht so einfach, Tom Es ist Wir haben Geld kommen Wir können expand Refurb Rebrand Ich bin ein Erner Ich bin ein Survivor Ich bin in dieses Spiel seit 1987 Ouch Der Terrible Irony Du besser sagst ihn Tony, man Was? Things are kind of fucked, man These guys, man These fucking guys You never should have brought them in, man Now somebody's got to You know The mix is with us now You gotta be fucking kidding me Times change, Tony Your brand of charming homosexuality It's kind of run out of steam It's kind of run out of steam Someone has to pay for what's gone down Do it I'm sorry I'm sorry I'm sorry, man After all we've been through Lou I'm sorry, T You You was family, man But it's either you Or all of us The Russians are coming, man We don't got time for this gay shit Fucking pop him already You fucking moron Hey, I had second thoughts, man You fucking killed yourself just then The Russians Fucking everyone They're coming after you The old man You're fucking dead The both of you They're coming any second And they're expecting corpses We better not disappoint then Ah, keep your head blue He's a maid guy Fuck him Alright, get out of here, Rocco This is for the old man And that's it You're a dead man, Taco Get out of my club, you fucking mook You sure that was smart? You sure not shooting me was smart? I don't think so Alright If we're gonna operate We're gonna eat some good will here What now? I don't know Didn't he say the Russians are coming? Doesn't stop, does it? Okay But that's in the next episode I thank you for seeing you So good bye See you next time Und auf Wiedersehen Und auf Wiedersehen You just have to hold a turn programming You're asking me Is it coming crazy? Just go